Hier kann man mit Padeln bauen. Hier gibt es eine Walpole Padeln zu zweit. Dann zwei Massagen, kann man sich schön zusammen passieren lassen, mit Blick natürlich aufs Meer. Das ist raumhaft schön. Dusche habe ich dabei. Alles, was das Herz begehrt, das kann man sich mal schön gönnen, wenn man auf Hochzeitsreise ist oder für Lieben, die sich kennenlernen. Und jetzt gehen wir mal zur Spaß mit.